Gibt es das Ganze immer im Zweierpack hier oder geht das auch alleine? Nein, das geht auch alleine, macht aber in diesem Fall einfach unheimlich viel Sinn, weil wir hier in einer Mehrmaschinenumgebung sind. Das bedeutet, die beiden Fahrer, der linke fährt den Bagger und der rechte fährt den Kipper und sie befinden sich in derselben Umgebung und können sozusagen zusammenarbeiten. Das ist das, was wir hier oben sehen. Hier auf dem Monitor ganz genau sehen wir, was die zwei machen. Wir können das von außen sehen. Der Baggerfahrer sieht natürlich seine Sicht und der Kipperfahrer sieht seine Sicht. Das heißt, man kann also lernen, umsichtig und gut miteinander zu arbeiten und auch alle Sicherheitsregularien einzuhalten und einfach es trainieren.